Hallo, herzlich willkommen bei Shilok und zu diesem Info-und-Dankes-Video für den August 2018. Diejenigen, die meinen Kanal schon etwas länger kennen werden, sagen, keine Facecam, gewöhnungsbedürftiger Ton, dann liegt die Shilok wahrscheinlich flach und hat nur ihren Laptop zur Verfügung. Das habt ihr richtig erkannt. Man weiß halt nie, was die lieben Kleinen aus dem Kindergarten mitbringen. Blumen, selbst gemalte Bilder oder halt auch mal eine Grippe. Man kann sich das nicht aussuchen. Man muss nehmen, was man kriegt, muss da dankbar sein. Deswegen, ich hoffe, ich kann zum Wochenende wenigstens ein Long-Dark-Video veröffentlichen. Eventuell wird es auch nächste Woche. Nehmt es mir nicht übel, aber ich kann im Moment nicht allzu lange am Computer sitzen und spielen. Dann würde meine Konzentration auch noch mehr leiden und dann wird es noch chaotischer als im letzten The Long-Dark-Video und das wollen wir ja nun wirklich alle nicht. So, jetzt aber zum wichtigsten Teil des Dankes-Videos, nämlich zum Dankesagen. Erstmal natürlich an Markus Krüger und Rote Socke für die Unterstützung auf Tippi. Vielen, vielen Dank, dass ihr auch schon so lange dabei seid. Das bedeutet mir wirklich sehr viel. Aber natürlich auch an euch alle anderen für Feedback, Kommentare, Kritik und so weiter. Und einfach für das ein oder andere liebe Wort, das ihr mal für mich übrig habt. Das bedeutet mir sehr, sehr viel. Vielen, vielen Dank dafür und das war es dann diese Woche auch schon von mir beziehungsweise diesen Monat, ist ja monatlich, kommen die Dankes-Video, ist ja raus. Vielen Dank an alle, passt gut auf euch auf und hoffentlich bis zum nächsten Video. Tschüss!